Kohaku Sakai Fischfarm, 53 cm frischer Nisai weiblich. Auch hier sehr gutes Penny, das andere war etwas besser, das ist auch gut hier. Aber qualitativ ein bisschen weniger als beim anderen. Da muss man warten, wie der sich entwickelt. Der ist absolut im Soll, aber sehr schöne Qualität. Das hinten da, das könnte man weg machen. Da muss der Kunde entscheiden, wenn da jemand, wir machen das nicht. Also oft verwächst sich das. Ansonsten nur an dem Fisch her. Auch die Körperform ist gut. Vom Maße her Lichter im Soll. Wie gesagt, die haben noch keine Sonne gesehen. Also vom Penny her geht sicher noch etwas mehr, aber das Penny ist gut. Einen sehr guten Geldanteil. Wie gesagt. Der ist gut großartig. Untertitelung des ZDF, 2020